Vor der französischen Westküste kann man ein merkwürdiges Naturphänomen beobachten. Was aussieht wie ein harmloses Schachbrettmuster ist nicht ganz ungefährlich. Warum erfährst du in diesem Video. Die Ile de Re ist eine Insel an der französischen Westküste. Der meist flache Sandstrand, das durch den Golfstrom temperierte Wasser und der frische Wind machen Re zu einer beliebten Insel. Doch wenn sich auf der Wasseroberfläche ein quadratisches Muster abzeichnet, dann kann das für Schwimmer und sogar Seefahrer eine Gefahr darstellen. Dieses Phänomen entsteht, wenn Wellen aus unterschiedlichen Richtungen aufeinandertreffen bzw. sich kreuzen. In den meisten Fällen entsteht dieses Muster, wenn der Wind seine Richtung wechselt, z.B. beim Durchzug einer Kaltwetterfront. Dabei treffen quasi neue Wellen auf alte, die bereits vorher entstanden sind. Durch die Überlagerung dieser Wellensysteme entsteht dann eben ein chaotisches Wellenmuster. Bei uns ist dieses Phänomen als Kreuzsee bekannt. Diese Wellenformation kann man leider kaum vom Land aus beobachten, aber die Insel Ile de Re ist ein beliebter Hotspot für Fotografen und Biologen, da sie dort gelegentlich beobachtet werden kann. Sobald sich die quadratische Schachformation auf der Meeresoberfläche abbildet, sollte man schnell aus dem Wasser gehen. Die Strömungen sind manchmal so stark, dass auch trainierte Schwimmer nicht gegen See ankommen könnten. Auch Schiffskapitäne sollten gewarnt sein. Kommen die Wellen aus verschiedenen Richtungen, ist es nicht gerade einfach, die Kontrolle zu behalten bzw. jede Welle im idealen Winkel anzufahren und eine mögliche Gefahr einzuschätzen. In Strandnähe stelle die Kreuzsee jedoch nicht wirklich eine Gefahr dar, da sich sämtliche Wellen stets automatisch in Richtung der Küste ausrichten würden. Das war's auch schon, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und außerdem könnt ihr euch noch ein weiteres Video anschauen. Bis zum nächsten Mal, ciao! Bis zum nächsten Mal, ciao!